So, die beiden hübschen stehen dahinten noch gar nicht. Und wir wissen, dass wir da näher ran müssen. Denn sind Ratten. Das ist also der Anbau, wie ich sehe. Aber hier haben wir uns gar nicht angeguckt, ne? Ja, da wollen wir hin. Mal gucken. Der Scheinwerfer stresst mich, ey. Ich wollte dich gerade killen. Na gut, dann ein anderes Mal. Geh jetzt mal hier runter. Nein! Geh nochmal hier hin. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Ich hab immer noch nicht. Ich hab nix gemacht. Ich versuch jetzt einfach mal von hier aus. Ich bin nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. Ich muss zurück an die Arbeit. Kann ich dich vielleicht später sehen? Keine Mutti haben wir heute Abend. Interessant. Kann ich den ausmachen? Der nervt mich. Oder irgendwie... Sturmaus oder so. Ja, die können ja auch alle durch Büsche und durchsehen, ne? Das ist ja... Ah ah. Nicht da. Bin nicht da. Ey, wie bekommt der das denn mit? Letzter Strich, geh weg. Letzter Strich, geh weg. Lieber nicht. Der sieht mich wieder. Der misst Bob da hinten. Ja. Es geht doch wieder weiter. Es ist doch unglaublich. Es stresst mich. Fick dich. Okay, ganz ehrlich. Ich mach jetzt folgendes. Wiii. 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 Naja, jetzt seid ihr ratlos, wa? Ja, weil ich euch zu schnell Hm? Ja... Ich weiß auch, dass ich da bin Oh nein, Alter, nein So Gut, geht schon mal nur mit direktem Sichtkontakt Alter, das ist ein Fisch Wie komme ich jetzt hier weg? Ja, äh... Hä? Wo bin ich jetzt hier grad hochgegangen, Alter? Ich... Ey, Manu! Geht das jetzt vielleicht? Ich weiß es nicht Irgendwie nicht so Schade Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier rauskomme Hallo? Ich bin nicht da Was gesehen? Scheiße So lang wie möglich, Mann Er hat auf mich zu jagen Ich bin der Gute Ich weiß, dass ich hier rauskomme Ich weiß, dass ich hier rauskomme Ich weiß, dass ich hier rauskomme Ich bin der Gute Ich bin der Gute Ich bin der Gute Ah, Mensch, das tut gut Ich hoffe, ihr habt auch geil was zu trinken Ach Wäre sonst irgendwie unfair So, gucke ich mal Oh Mann, geh weg da Ganz ehrlich, Alter, du bist so tot Aber ihr wisst nicht wo Aber ihr wisst nicht wo Ja Wenn's nicht anders geht Die Sache ist Ich versteck mich da eigentlich schon, ne? Piu Oh Hab Spaß Dass ich den scheiß Turm mich gesehen hat, Alter Dass das so behindert Irgendwann, ich geh ihm ja vor M-m M-m Das hab ich auch noch Okay, cool, noch ein Pfeil Yay Das wollen wir doch Ich kann da nicht raufspringen, oder? Eigentlich bin ich jetzt hinter dem, ja? Alarm vorbei Es nervt, wenn die so aufmerksam sind Dahinten könnte ich ihn ausmachen, aber Da hinten? Zack, zack, oder was? Na klar Korschen? Ja, klar Rein da Was, die setzen auf mal Mathematik basierende Musik ein? Ja Ich verstehe Gar nichts Mathematik ab der 11. Klasse ist für mich ein Tabuthema Die sind tot Was wäre passiert, wenn niemand gemerkt hätte, dass ich da bin? Missionshinweise lesen Oh, cool, ja Stimmt, ich hab dann Mhm 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 Okay So Notizen Nee Ziele, so Sendezentraler Find ich Sendezentraler Mhm Da ist sie Die question is now How should Noch wissen sie aber nicht, dass ich hier bin Und dahinten ist so eine dämliche Warte mal Warte mal Mhm D Vielen Dank.